Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Granitsteine verfugen und somit natürlich die Fugen von unseren Natursteinen richtig füllen können. Wenn du Bock dafür hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich diese Granitsteine schon mal richtig verlegt und das Ganze für einen Tag anziehen lassen, dass sich die Steine natürlich gleich beim Verfugen nicht mehr bewegen können. Und jetzt ist auch noch wichtig, dass wir diese Verfugarbeiten bitte nicht irgendwie bei Frost machen sollten. Das bedeutet Frühjahr, Sommer, Herbst sollte normalerweise vollkommen okay sein. Und es sollte in den nächsten 24 Stunden bitte auch nicht regnen, da sich sonst die Fugen hier wieder ganz leicht herauswaschen würden. Zuerst einmal sollten wir unsere Steine auf jeden Fall noch ordentlich abwaschen. Das geht am besten mit einer einfachen Gießkanne und zum Beispiel so einem Handbesen hier. Und im nächsten Schritt können wir unsere Fugenmasse auch schon richtig anmischen. Ich verwende hier übrigens Drast-Zement-Mörtel, können natürlich auch gern speziellen Fugenmörtel benutzen, was dann einfach etwas teurer ist. Ich habe meine Fugenmasse mit Absicht etwas zäher gemacht, denn nun kann ich einfach mit Handschuhen mal die Masse nehmen. Die kann ich ganz einfach in der Hand natürlich auch noch dementsprechend formen und wie ich sie haben möchte, in meine Fugen hier ordentlich hineindrücken. Der Vorteil bei dieser Methode ist ganz klar, dass meine Fugenmasse hier außen nicht rauslaufen kann, da es ja wie gesagt relativ zäh ist, was natürlich auch super ist, wenn wir zum Beispiel nur eine Reihe von diesen Granitsteinen haben. Und wenn wir aber mehrere Reihen haben, wie bei mir zum Beispiel zwei oder natürlich auch weitere Reihen, dann kannst du trotzdem das Ganze mal etwas zäher machen und hier außen am Rand zum Beispiel einfach verschließen, dass wir danach nämlich das Ganze einfach etwas flüssiger machen und hier schön einschlemmen können, was natürlich zeitlich nochmal deutlich schneller geht. Unsere Fugen sind von außen verschlossen und jetzt gebe ich mal noch etwas Wasser in meine Fugenmasse hinein, vermische es wieder ordentlich. Lasse die Masse mal ordentlich in meine Fugen hineinlaufen und verteile es anschließend mit meiner Kelle und kann hier natürlich auch noch dementsprechend in meine Fugen etwas nachstochern, dass diese Fugenmasse wirklich in all unseren Fugen ordentlich drinnen ist. Wenn unsere Fugen gefüllt sind und das Ganze auch schon leicht angetrocknet ist, wie bei meiner zähen Stelle hier, dann am besten mal noch einen feuchten Schwamm zur Hand nehmen und wir können unsere Fugen auch mal noch etwas nachkletten, dass das Ganze natürlich auch optisch auf jeden Fall was hermacht. Unsere Fugen sind hier vorne geklettert und jetzt geht es mal noch darum, dass wir natürlich auch den restlichen Mörtel von unseren Granitsteinen herunter bekommen, dass da später einfach keine Schlieren entstehen und da ist einfach etwas Zeit angebracht. Und noch ein wichtiger Tipp, dass wir natürlich unser Wasser auch regelmäßig auswechseln sollten. Ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus. Bei der flüssigen Variante müssen wir natürlich noch etwas länger warten, bis es hier antrocknet und wenn natürlich unsere Fugenmasse nach Herstellerangaben jetzt getrocknet ist, können wir auch schon ganz einfach von außen das Ganze mit Erde wie gewünscht auffüllen und haben somit auch schon unsere Granitsteine richtig verfugt. Wenn du dir für zu Hause jetzt auch Trastzement, Fugenmörtel oder natürlich auch so eine einfache Kelle hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.